Ich habe ihn weggeschnitten und irgendwann war das irgendwer zu erinnern und ich war so im Schneidemodus, dass ich meinen Finger damit genommen habe. Ich habe auch Fotos davon gemacht, also nur von den Fingern. Jetzt ist es leider geklebt. Aber, ähm, ja, Gitarren spielen, das ist scheiße. Das hier kommt, ob ich noch so hochklappe. Ich spiele einfach hier jetzt ein bisschen auf der Stelle. So? 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 Oh, oh! Scheiße! Scheiße! Es sind gleich zwei Seiden, ja? Oh, geil! Klingt winky gerade. Ja. Boah, das ist schick. Nee, jetzt scheiße, ne? Du warst es! Warum? Das ist schon genau hier oben drauf, leider, die Seiden. Bahngefühl. Genau, ja. Was hast du gemacht? Nur ein... Geschnitten. Gestern? Na eben. Eben? Nein! Ich gebe dir das mal zurück, ja? Ich habe mir einen Verwandter komplett voll geblütet. Das ist halt leider echt... Tief geschnitten, oder was? So? Ah! Ich hoffe es hilft, ja? Ja, ich probiere es aber so. Ich höre es mir mal an. Wie geht das? Noch ein bisschen Zeit zu üben jetzt, ne? Was hab ich gesagt? Mach ich halt neu! Mach ich halt neu! Weil auch null Gefühle drin, wo man jetzt noch mal hinlangt. Was muss der Vincent jetzt machen, wenn er Gitarre spielt und dabei einen abgeschnittenen Finger hat? Nicht heulen! Nicht heulen! Nicht heulen!